Lass uns mal über etwas sprechen, was wir alle jederzeit haben. Einen freien Willen. Auch wenn wir uns oft Situationen ausgeliefert fühlen und der Kopf uns erzählt, das kann ich jetzt nicht ändern, das geht jetzt nicht, ich habe keinen freien Willen, was wäre, wenn es doch anders wäre? Lass uns das mal kurz durchleuchten. Wir haben jederzeit einen freien Willen. Wir können jederzeit frei entscheiden, wie wir mit Situationen umgehen. Dass das nicht immer unbedingt eines unserer leichtesten Übungen ist, ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, egal in welcher Situation ich mich gerade befinde, egal wie heftig ich das gerade empfinde, egal wie ausweglos das anscheinend ist im Moment, wie sehr ich mich da gefangen fühle, Ich kann frei entscheiden, wie ich mit dieser Situation umgehe, welche Resultate ich daraus ziehe, welche neue Entscheidungen ich daraus treffe. Und wenn ich tatsächlich im Moment keinen Ausweg sehe aus der Situation, kann ich dennoch entscheiden, wie ich mich in der Situation fühle. Ich kann aus jeder Situation auch schauen, wo liegt denn hier das Geschenk darin und kann mich damit einhergehend mit dem Geschenk, was ich in jeder Situation erkennen kann, dankbar fühlen, frei fühlen und eine Entscheidung dazu auch treffen. Ich bringe dir ein Beispiel. Das klassische Beispiel, gerade wenn es darum geht, Lebensunterhalt zu verdienen, am Ende vom Monat, dass Summe X aufs Konto kommt oder am Monatsanfang oder wann auch immer. Es gab bei mir früher auch Zeiten, wo zur Monatsmitte das Geld aufs Konto geflossen ist, als ich noch im öffentlichen Dienst war. Ich habe mir so viel und oft die Geschichte erzählt. Ich muss das ja machen, um mein Leben zu gestalten, um Geld zu verdienen. Ich muss da ja ins Büro und, 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 was der Kopf einem da so alles erzählt. Und wir brauchen unseren Kopf, wir brauchen unseren Denker, wir brauchen unseren Verstand. Es geht nicht darum, den Verstand auszuschalten, sondern, wie der Volksmund es uns schon sagt, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. So, die Wahrheit ist, niemand hat morgens im Badezimmer oder neben meinem Bett oder in der Küche gestanden und hat mir eine Knarre an die Schläfe gehalten und gesagt, du fährst jetzt dahin. Das war eine freiwillige Entscheidung, weil die Geschichte da war, nur damit kann ich mir ein gutes Leben gestalten, weil mir das ja auch niemand anderes mal anders beigebracht hatte. Weil ich ja auch nie gelernt habe, was meinem Seelenplan entspricht, was dem Ruf meiner Seele entspricht, also wie ich daraus meinen Seelenberuf gestalte, was wirklich mein Potenzial, meine Fähigkeiten, meine Einzigartigkeit ausmacht und wie ich mir damit ein freies Leben gestalte. Hat mir ja niemand beigebracht. Also habe ich mir mal die Geschichte erzählt, such dir eine sichere Stelle im öffentlichen Dienst, da kann dir nichts passieren, hast ein sicheres Einkommen, muss man halt ja so machen. Das ist damit gemeint, dass morgens ja niemand da gestanden hat und sagt, du musst jetzt dahin fahren. Es war eine freiwillige Entscheidung. Mein Kopf, mein System hat mir nur andere Geschichten erzählt. Und genauso in jeglicher Aus, manchmal haben wir ja Situationen im Leben, kenne ich auch nur so gut von mir, wo man sich diesen Dingen wirklich total ausgeliefert fühlt, wo man das Gefühl hat, aus dieser Schuße kommst du jetzt nicht mehr raus oder keine Ahnung, die Welt bricht jetzt zusammen. Wenn ich mir meines freien Willens gerade in solchen Situationen bewusst werde und mich frei entscheide, wie ich mich jetzt gerade fühlen möchte, frei entscheide, meine Aufmerksamkeit zum Beispiel, auch in solchen schwierigen Situationen, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, was gerade das Geschenk dahinter ist. Wenn das Universum mir Hilfestellungen schickt, Hilfestellungen dahingehend, dass Menschen zum Beispiel in mein Leben kommen, die mir sagen, hey, hier ist eine helfende Hand, ich kann dir da helfen, bei rauszukommen, dann ist es ja auch meine freie Entscheidung zu sagen, ich nehme diese helfende Hand an oder halt nicht, ich probiere es weiter alleine. Wie auch immer, ich habe früher in meinem Leben jahrelang versucht, alleine zu mir selbst zu finden, alleine den Plan meiner Seele zu entdecken. Ich habe da ganz viele Schleifen jahrelang gedreht. Es waren viele Menschen da, es waren viele Situationen da, die das Universum mir geschickt hat als Botschaft, aber mit meinem freien Willen habe ich mich einfach auch oft jahrelang, es war wirklich jahrelang, dagegen entschieden, weil ich mir die Geschichte erzählt habe, kriege ich auch alleine hin oder was auch immer ich mir da so alles erzählt habe. Und so gesehen kann der freie Wille uns da manchmal auch so ein bisschen im Weg stehen, weil wir die Botschaften des Universums, wie das Universum mit uns spricht, dass es uns den Weg eigentlich schon zeigt, dass Impulse da sind, etwas zu machen, dass Impulse zum Beispiel da sind, sich begleiten zu lassen, dass der Impuls ganz klar ist, hey, jetzt wird es Zeit, dass du wirklich mal ganz in deiner Essenz ankommst und nicht weiter da rumeierst und weiter auf der Suche bist. Weil der Impuls da ist, dass die Seele vielleicht schon Botschaften auf der körperlichen Ebene in Form Disharmonien schickt, also in Form von Signalen, was die Medizin als Gesundheit, als Krankheit bezeichnet. War bei mir auch zuhauf der Fall. Und so habe ich einen freien Willen, mich immer entweder für mich zu entscheiden, für mein Herz, für meine Seele oder mich halt auch, und das machen wir natürlich meist unbewusst, mich dagegen zu entscheiden, weil es ist auch so eine Konditionierung in uns angelegt, wo wir so, ja wie sage ich das, wo wir so eine tiefe Prägung in uns haben, dass wir es schon als normal empfinden, dass es ja schwer sein muss, dass das Leben kein Wunschkonzert ist oder solche interessanten Ansichten. Die Wahrheit ist, in dir ist so viel mehr verborgen, als du es dir bis eben eingestehst. Und die Wahrheit ist, du bist hier, um Freude, Spaß und Leichtigkeit zu haben, um dir ein Leben ganz nach deinem Herzen zu gestalten. Und das ist ja auch der Grund, warum du das Gefühl hast, da muss mehr möglich sein. Und deshalb, wisse, folge diesen Träumen, erlaube dir deine kühnsten Träume ans Licht zu bringen, auch wenn es bei dir vielleicht gerade so ist, wie es bei mir früher mal auch war, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wie ist denn das, große Träume zu haben, weil ich mich so sehr schon begnügt hatte mit dem, was ich hatte und gedacht habe, da draußen gibt es so viele Menschen, dir geht es schlechter als dir, sei doch zufrieden mit dem, was du hast und, und, und. Also so nach dem Motto, nur ja, nicht mehr zu wollen. Erlaub dir heute den ersten Schritt in das Leben zu machen, wo dein Herz und deine Seele dich hinführen möchten. Es ist alles im universellen Feld auf einer anderen Dimension schon für dich vorbereitet. Du darfst dich einfach mit deinem Frillen, mit deinem Frillen, mit deinem freien Willen dafür entscheiden, für dich, für dein Herz, für deine Seele. Und dann wirst du staunen, wie rasch das Universum auch in Bewegung kommt und dir deine Lebenswirklichkeit erschafft. Und zwar so, wie es wirklich deinem Herzen und deiner Seele entspricht. Wundersame Dinge werden geschehen. Ganz rasch. Habe ich schon so oft erlebt. Nicht nur bei mir, sondern eben auch bei vielen Menschen, die ich ja da in der Zwischenzeit auch schon begleiten durfte und immer noch begleite. Wenn du jetzt auch so intuitiv denkst, hey, es wäre ja schon gut, rascher meine Ziele zu erreichen, rascher bei mir selbst anzukommen, rascher den Plan meiner Seele klar zu haben, schau in der Nähe von dem Video, findest du einen Link, klick da drauf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Folge deinem Impuls, folge deinem Herzen und erlaube dir, deinen freien Willen für dich, für dein Herz und für deine Seele einzusetzen. Und lass wundersame Dinge geschehen. Komm in dem freien Leben an, wo dein Herz und deine Seele dich schon so lange hinhaben möchten und dich hinschubsen möchten. Es ist so viel mehr für dich möglich. Ganz liebe Umarmung, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.